JFT, just fair and direct. Sogar nun mittlerweile auch im DAX neue All-Timer ist ausgebaut, wo wir heute so ein bisschen im leichten Rückwärtsgang sind. Das hatten wir uns auch in den letzten Tagen immer wieder angeschaut an den US-Märkten. Wenn es da so positive Tage gab, die da neue Allzeithochs ausbauten, war es in der Regel danach so, dass der nächste Tag erstmal abgegeben hat und leichte Minus-Vorzeichen bzw. Endzeichen, Minus-Endzeichen am Ende dort im Raum standen. Genau das werden wir uns gleich mal anschauen. Wie hat das so in den letzten Tagen immer funktioniert an den Märkten? Wie war es auf der Aufwärtsseite? Wie war es dann folgend? Auf der Abwärtsseite werden wir schon kurz auch aufs Gold schauen und uns mal die Alibaba-Aktie schnappen. Denn da gab es ja Headlines in den letzten Tagen. Ordentlich unter Druck geraten dieser Wert und jetzt in einem charttechnisch recht interessanten Niveau. Man kann ja hier bei JFD auch die physische Aktie von Alibaba handeln, auch schlussendlich natürlich den CFD auf Alibaba. Also beides möglich bei JFD und somit blicken wir mal gleich auf diesen Wert. Hatten ihn ja heute auch schon mal kurz im Live-Trading-Room besprochen. Bevor wir jetzt durchstarten auf alles zu schauen, ganz kurz natürlich wie gewohnt an der Stelle der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls Vortrade definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker, JFD habt dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich schlussendlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen erstmal auf die News-Seite, richten so ein wenig die Blicke auf die heutigen Headlines. Man findet nicht viel. Es ist ja auch nicht viel los hier an den Märkten. Wir haben Brückenwochen sozusagen. Vergangene Handelswoche verkürzt, die aktuelle Handelswoche verkürzt. Viele sind im Urlaub, im wohlverdienten Jahresurlaub nach diesem turbulenten Jahr. Und somit ist es erstmal grundsätzlich nicht so verwunderlich, dass wir hier gar nicht so sehr viel Bewegung an den Märkten sehen. Wobei das ja eigentlich gar nicht so richtig ist. Die US-Märkte waren gestern sehr, sehr stark. Wir sind sehr, sehr gut gelaufen. Sehr, sehr stark gelaufen. Bitcoin sehr, sehr stark gelaufen. Goldpreis gestern 31 Dollar Volatilität. Heute ein bisschen weniger, aber immer noch relativ volatil. Euro, US-Dollar, britisches Fund sind ein bisschen ruhiger geworden. Wobei wir ja da gestern dann eben auch die Abwärtstendenzen wie angedacht im britischen Fund bekamen. Nur der DAX, der ist so ein bisschen ruhiger. Schauen wir über die Headlines drüber. Wie gesagt, heute Morgen hat sich da schon nicht viel verändert gehabt. Das ist aktuell auch nicht so. Wir sehen nichts Nennenswertes in meinen Augen, was jetzt hier die Märkte so stark bewegen sollte. Wenn wir über die US-amerikanischen Headlines drüber gehen, finden wir hier Bitcoin, wo eben für das nächste Jahr vorhergesagt wird, dass es eben zum einen auch mal wieder so ein bisschen abwärts gehen kann, aber andere Headlines dann eben auch große, große Ziele ausrufen für die Kryptowährungen und vor allem dann eben auch für den Bitcoin-Preis. Wir sind dort mal wieder leicht genorten laufend. Hatten ja 27.000 gestern erreicht, dann leichte Konsolidierung und sind jetzt hier kurz vor den All-Time-Highs in Bitcoin. Können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf schauen. Ansonsten gibt es hier nichts Nennenswertes zu beobachten an den Märkten. Schauen wir somit relativ zügig auch auf die Sharp-Technik drauf. Und die Frage kommt jetzt, meine ich jetzt hier schon, ich lese es mal kurz, ich kann es so halb lesen. Also, DAX Long Gap geclosed oder nicht? Ja, also, nee, DAX Long Gap geclosed heißt es wahrscheinlich hier an dieser Stelle wohl. Das sehen wir hier. Wir sehen hier den Tagesschart im DAX, im Xetra-Markt 9 bis 17.30 Uhr hier, die Handelszeit. Und wir sehen, dass wir jetzt hier auf dem Schlusskursbereich des gestrigen Tages aktuell rangieren. Das war einer meiner Gedanken, dass das passieren kann, dass wir schlussendlich diesen Schlusskursbereich des gestrigen Tages treffen. Das ist dieser Bereich. Genau in diesem Bereich sind wir jetzt hier aktuell drin. Und es wäre natürlich denkbar, dass genau dieser Bereich auch als Unterstützung genutzt wird. Somit jetzt leichte Abgaben wir gesehen haben hier im US, im DAX. Und schlussendlich jetzt hier noch nicht angepasst von mir, aber im 17.30-Schlusskursbereich sind. Und gleichzeitig dann auch hier in diesem leichten Unterstützungsbereich 13.800. Der von meiner Seite auch heute Morgen als richtungsentscheidend mehr oder weniger ausgerufen. Dieser Bereich hält jetzt auch erstmal, wenn man sich den 5-Minuten-Chart dazu anschaut, sind wir testweise in den 800er-Bereich reingelaufen. Sind jetzt gerade im Bereich um die Marke 13.804. Wir sind hier noch auf dem 5-Minuten-Chart. Moment, ich mache das Bild mal groß. Ihr seht das noch gar nicht. Sehe ich jetzt gerade. Ihr seid jetzt gerade hier. Oder wir sind jetzt gerade noch in einer Sequenzfall nach Hochfall nach Tiefs drin. Wer jetzt hier kaufen wollen würde, dem sei vielleicht als kleine Idee angetan oder ja, als kleine Idee, als Gedankenstütze hier gesagt, dass wir jetzt hier erstmal natürlich nochmal erholend in diesen Bereich reinlaufen können. Und dann kann es eben auch ganz ohne Zweifel weiter gen Süden gehen. Ich würde jetzt hier erstmal grundsätzlich abwarten wollen, dass sich die Sequenzfall nach Hochfall nach Tiefs ändert. Dass wir hochlaufen, vielleicht dann nochmal ein Stück weit nach unten und dann eben anfangen aber zu steigen. Also hier so ein bisschen abwarten für Käufe. Ich denke, wir hätten hier genug Zeit, wobei man sich das ganze Szenario vielleicht dann eben an den US-Märkten schnappen könnte. Denn die sind ja ohne Zweifel etwas stärker laufend unterwegs. Wir sind erstmal weit weg von den gestrigen Schlusskursen. Wir kommen hier ein schönes Gap auf der Aufwärtsseite und laufen jetzt eben nun mal direkt im Dow Jones in diesen alten Hochbereich hier vom vorgestrigen Tag rein. Moment, ich muss erstmal kurz schauen. Wir haben hier den, was haben wir denn heute? Heute ist, ich komme mit den Tagen. Wir haben heute Dienstag, ne? Gestern war Montag. Genau, wir haben heute den 29. und 28. gestern. Genau, also den 28., diese Hochs vom 28., da laufen wir jetzt oder liefern wir jetzt rein. Sehen von dort leichte Erholung. Und jetzt ist es natürlich charttechnisch hier oben definitiv denkbar, dass wir eben diese Wellewendung hier wieder finden. Das sollte dann eben auch dazu führen, dass es schlussendlich dann eben auch unser lieber DAX schafft, auf der Nordseite weiterzulaufen. Aber die Bewegungsmöglichkeiten, die Chancen sind in meinen Augen hier größer im Dow Jones, da er einfach jetzt am Nachmittag der Markt ist, der sich etwas stärker bewegen wird von der Volatilität her. Ja, wir haben den Schlusskursbereich um die Marke 400 am gestrigen Tag, 30.400. Und somit ist das auch für mich jetzt der richtungsentscheidende Bereich. Selbst wenn wir hier so ein bisschen mehr Schwäche sehen, es zeigt sich hier zum Beispiel noch der Bereich um die Marke 450 als nicht ganz so uninteressanten Bereich, diesen zu kaufen. Oder schlussendlich natürlich auch hier unten dieser Schlusskursbereich. Das sind alles Bereiche, wo Märkte gerne drehen, beziehungsweise eben auch der Dow Jones gerne dreht. Und ich würde mich jetzt hier ein wenig zurückhalten wollen bezüglicher Short-Überlegungen, da einfach der Markt aktuell sehr, sehr stark ist. Und solange wir eben von den Vorzeichen her, und da gehen wir erstmal auf den 4-Stunden-Chart, grün sind, solange ist der Markt auch grün. Allerdings kleinere Ausrufezeichen zeigt jetzt gerade diese konsolidierende Bewegung im Stunden-Chart. Hier sind wir rot geworden im Gegensatz zum gestrigen Tag um diese Uhrzeit. Dort waren wir grün. Somit wäre es jetzt hier für die Long-Seite, wäre etwas konservativ reagiert, wäre es durchaus ein Gedanke, hier erstmal abzuwarten, dass wieder Stärke kommt. Wenn dort die Stärke kommt, dann eben schlussendlich auf der Aufwärtsseite zu folgen. Würde bedeuten, im Bild würde das folgendermaßen aussehen. Wir sind jetzt rot, würden dann hier die erste grüne Kerze bekommen und dann eben idealerweise uns hier weiter gen Norden bewegen. Bereiche um die Marke 30.600, 30.650 wären hier so die nächsten Bereiche für die Long-Seite. Jetzt gehen wir allerdings mal auf unseren S&P und hier schauen wir uns das Ganze mal an, was so in den letzten Tagen hier immer passiert ist. Wie der S&P sich grundsätzlich verhalten hat, wenn er da neue Hochs ausgebaut hat. Und das ist eigentlich auch ein Szenario, was ich jetzt grundsätzlich nicht ausschließe. Wir sind sehr, sehr stark. Wir wissen, dass viele Banken, viele Analystenhäuser für das Jahr 2020 nach der Corona-Pandemie den Bereich immer wieder angepasst, aber dann eben entsprechend den Bereich um die Marke 3.700 als Ziel erreicht oder als Ziel angedacht haben. Wir sind mittlerweile schon 50 Punkte drüber. Wenn man sich das Ganze immer mal anschaut, wenn der Markt im Prinzip neue Hochs ausgebaut hat. Wir sind hier im Tagesschart. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier neue Hochs ausgebaut, dann ging es danach zurück. Neue Hochs ausgebaut, dann ging es danach zurück. Neue Hochs ausgebaut, dann ging es danach zurück. Und wir haben jetzt wieder neue Hochs ausgebaut und es wäre somit jetzt grundsätzlich natürlich absolut nichts Verwerfliches, wenn wir auch mal ein kleines Stück weit wieder zurückkommen in der Bereich um die Marke 3.725. Also 25 Punkte wäre gar nichts, wenn man sich die Rückläufer hier in der Vergangenheit anschaut. Dann sind diese im Durchschnitt stärker gewesen und sind eben teilweise sogar unter diese laufende Trendlinie gelaufen. Wir haben ja unten sogar noch so einen gleitenden Durchschnitt, der hier sich sauber unterhalb des Kurses mit nach oben zieht und Selbstkonsolidierung in diese Trendlinie hinein oder Selbstkonsolidierung in Richtung dieses gleitenden Durchschnittes. Das wäre alles noch ganz sauber im Aufwärtsbereich. Und da sich die Märkte im Zickzack bewegen und eben heute wirklich alles sehr, sehr stark war und wir jetzt auch wieder sehr, sehr stark eröffnen, wäre eben der heutige Tag durchaus denkbar, dass wir ein Stück weit zurückkommen. Und dementsprechend könnte man natürlich eben auch die Short-Setups ein wenig aufbauen. Gehen wir dafür nochmal auf den Dow Jones rauf und schauen uns das Ganze an. Was würde denn passieren, wenn wir schlussendlich Short laufen, wenn wir dieses Szenario, was wir jetzt hier dann eben gerade im S&P aufgebaut haben, im Dow Jones sehen? Was würde da bedeuten oder was würde das bedeuten? Ich zeichne das mal ein, was der Dow Jones dann eben immer wieder gemacht hat, wenn neue All-Time-Highs ausgebaut worden sind. Diese roten Pfeile, die ich jetzt hier gerade einzeichne, wir nehmen mal diese Bewegung mit hinzu, dann diese Bewegung und diese Bewegung noch. Und ja, das war es. Das andere war eigentlich keine, das ist auch nochmal All-Time-High hier gewesen, glaube ich. Wobei, nee, stimmt nicht ganz. Aber ist egal. Aber diese konsolidierenden Bewegungen, die ich jetzt hier rot eingezeichnet habe, wenn wir nur die kleinste Bewegung nehmen und einfach mal von diesem Szenario heute ausgehen, dann würden wir im Dow Jones durchaus realistisch bis in den Bereich um die Marke 30.200 runterrutschen können. Was ich auch grundsätzlich charttechnisch definitiv als realistisch halte, das ist ein schöner Bereich, der eben unterstützend wirken sollte und würde aus dem aktuellen Bereich bedeuten, dass wir hier durchaus Pi mal Daumen so 300, 330 Punkte auf der Short-Seite Möglichkeit hätten. Würde eben auch ausreichen, wenn wir hier oben abwarten, dass der Markt eben erstmal in Richtung des Schlusskurses 22 Uhr kommt, weil darüber sind wir ja eigentlich long tendierend. Dieser liegt wiederum im Bereich, und die Marke, ja, Pi mal Daumen so 400, da haben wir immer noch 200 Punkte Chance auf der Abwärtsseite. Und diese würde ich mir heute gönnen wollen, wenn wir unter Druck geraten. Also, dass wir uns wirklich den 22 Uhr Schlusskurs hier erstmal noch abwarten, im Bereich um die Marke 400. Wer es aggressiver mag, der solle sich dann an den Stundenchart halten. Solange dieser jetzt rot ist, gerne auch jetzt aggressiv Short-Überlegungen wagen. Aber, wie gesagt, oben sind wir noch sehr, sehr stark. Der 4-Stunden-Chart ist eindeutig noch auf grün. Von daher ist das natürlich so eine Zwitterstellung. Wer es allerdings eben jetzt schon etwas aggressiver Short angehen möchte, sollte sich dann an den Stundenchart halten, wenn der wieder grün wird, dann eben Fuß vorm Short-Gas. Und wenn er rot bleibt, ja, dann scheint es eben doch wirklich jetzt direkt auch weiter auf der Short-Seite zu laufen. Also, das sollte man sich dann zurechtlegen und da auch so ein bisschen drauf schauen. Euro-S-Dollar ist weiter genorden tendierend. Das hatten wir uns gestern angeschaut. Goldpreis hängt. Und das macht es jetzt interessant. Und auch vielleicht noch für den morgigen Tag, beziehungsweise für heute Nachmittag. Gestern 31 Dollar Bewegung. Dieser Tag, das war, Moment, das war gestern, die Volatilität. Das hier, gestrige Volatilitätsschlusskurs war hier. Das war der gestrige Tag. Wir sind hier auf dem Stundenchart. Montag zuvor, Moment, das ist falsch jetzt. Montag zuvor war das hier. Das war Montag zuvor. Und jetzt sehen wir, danach ist dann wenigstens so ein bisschen mehr Bewegung noch irgendwie da gewesen. Und jetzt haben wir eben seit gestern das als Bewegung. Extrem wenig. Das macht es immer sehr, sehr interessant. Das ist das, was wir über das komplette Jahr uns immer wieder zurechtgelegt haben. Dass wir dann involatil im Umfeld. Und der Goldpreis war fast das ganze Jahr sehr volatil. Und das waren immer die Setups. Immer wieder diese Setups, die dann schlussendlich auch gutes Geld gebracht haben. Sich genau so eine Situation anzuschauen. Wir haben eine volatile Situation. Wir haben eine darauf folgende sehr, weltmäßig sehr involatile Situation. Wenn man es in Prozent ausdrückt, sind wir jetzt aktuell, wenn es überhaupt dahin kommt, so in etwa 25 Prozent schwankend von dem gestrigen Handelstag. Das war quasi vergangene Handelswoche noch etwas anderes. Da sind wir eben, wenn man das so nimmt, naja, mindestens ein Drittel oder mehr, haben wir uns da dann schon bewegt gehabt am Dienstag. Heute sehr, sehr gering. Bedeutet, am Nachmittag, jetzt geht es eigentlich erst so richtig los mit der Kern und der Zeit im Gold. Durchaus, und das wäre ja so mein Gedanke, würde ich sogar antizipieren wollen, also die Long-Seite gegebenenfalls ein bisschen eher eingehen. Hier der Breakout auf der Nordseite würde mich schon interessieren. Reizen. Erstmal in Anführungsstrichen reichte es oder würde es ausreichen, wenn wir in den Bereich um die Marke 1895 steigen, dass der Zwischenhochbereich vom gestrigen Nachmittag war. Oder aber natürlich eben auch logischerweise in den gestrigen Hochbereich 1900 galt der E für die Woche als Zielbereich. Und das wäre dann natürlich auf der Aufwärtsseite ebenfalls nochmal als definitiv realistische Chance im Raum stehen. Auf der Abwärtsseite hatte ich heute Morgen schon gesagt, die interessiert mich eigentlich zugegebenermaßen nicht ganz so stark. Allerdings muss man jetzt aktuell sagen, dadurch, dass wir hier diese kleine Range eben ausbauen, massivst Unterstützung an der 74 bekommen über den ganzen Tag. Und ich ja weiß, dass wir eigentlich an der 65, wenn es schwach wird in Richtung 60, wirklich doch immer nochmal ordentlich Unterstützung bekommen. Aber wir sehen, dass diese Chance jetzt hier wenigstens in den 60er-Bereich ähnlich ist, wie diese Chance, die ich auf der Nordseite annehme. Das ist etwas in weniger Volatilität als gestern, aber dennoch Bewegung, mehr Bewegung als jetzt. Das ist das Gleiche, was wir uns gestern im britischen Fund angeschaut hatten, welches ja auch sich bewegen sollte. Und dann bewegte es sich, brach eben auch aus einer Formation aus. Und genau das Gleiche gilt jetzt hier als realistische Idee für den Goldpreis. Ich würde es auch vielleicht nochmal kurz einkästeln wollen, dass wir da eben auch unsere ganze, hier haben wir die 95 als einen realistischen Zielbereich auf der Nordseite. Ja, und dann eben einfügen. Zack, rechteck. Dass wir eben sagen, hier die 60, also 65 bis 60 wäre hier eben, oder 61 wäre jetzt hier so der Bereich, der auf der Short-Seite durchaus nochmal angelaufen werden kann. Mit dem Breakout, und das testle ich jetzt auch nochmal ein, mit dem Breakout hier aus dieser Range, die wir jetzt hier aktuell ausbauen. Ja, Breakout Nord, Breakout Süd ist eigentlich aktuell somit das Interessanteste, was mich so noch interessiert hier, weil es eben vor allem auch dann eine Bewegung wäre, die wirklich bis morgen abgearbeitet werden kann. Also deswegen auch kleinere Ziele, ja, nicht so extrem weit Ziele. Und kann man vor allem eben auch wirklich dann make it or break it mit einem kleinen Risiko fahren und muss hier nicht extrem Risiken eingehen. Alles andere, wie gesagt, hier haben wir ja drüber gesprochen, Short-Seite ist schon interessant. Richtet euch da gerne am Heiken Aschi aus, der jetzt gerade grün wird. Also da laufen wir eben schon wieder in die Richtung, was ich eben eher so ein bisschen favorisiere da oben in dem Bereich, dass die Long-Seite eigentlich die interessantere Seite ist, jetzt hier im Dow Jones. In diesem Sinne, ich wünsche euch für den heutigen Tag erstmal Good Trades und Mega-Trading. Macht nicht mehr so viel. Es wäre auch denkbar, dass sich die Märkte eben gar nicht mehr so extrem bewegen und es ist auch mal nicht verkehrt, wenn man mal so ein bisschen pausiert, Kraft tankt fürs nächste Jahr. Aber ich bin natürlich für euch da, morgen 8.50 Uhr, Livestream, DAX Long oder Short, da coveren wir wieder die Situation, gibt es irgendwas Neues an den Märkten oder eben auch vom Fundamentalen her. 10 Uhr Live-Trading-Room, 9.30 Uhr die Wiesenradar, vorher nochmal und dann um 14.45 Uhr, morgen dann die letzte US-Opening-Bell für das Jahr 2020. Bis dahin euch nur das Beste, bei Markus Klee. Bye-bye und ciao. Tschüss. J.F.T. Just Fair and Direct Untertitelung des ZDF, 2020